Mein NHL Draft Day war eigentlich ein ganz normaler Tag. Ich habe eigentlich auch nicht erwartet, in den ersten paar Runden zu gehen. Deswegen habe ich nur mit meinen Eltern und meinen Geschwistern gegrillt daheim. Und habe dann im Livestream nachgeschaut währenddessen und gewartet, wo die Reise hingeht. Mein Draft war 2004, ich glaube. Es war in Carolina. Ich habe dann in der zweiten Runde, so es war gut. Ich wusste nicht wirklich, was zu erwarten, aber ich bin Draftet von Washington. Und es war einfach eine gute Erfahrung. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass ich zu Calgary war, denn sie waren ein close-to-home-team und ein Team, das ich schon immer gesehen habe. Ich bin wirklich sehr glücklich und Freunde und Freunde, und ich bin wirklich glücklich. Ich bin wirklich glücklich. Ich bin wirklich glücklich, wenn ich in meinem Leben war, ich wusste nicht, ob ich konnte, wie ich als Profession war, oder ob es etwas, was ich okay war. Aber ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht das Gefühl habe, dass ich das in meinem Leben kann. Es war ein sehr glückliches Tag. Ich bin in der zweiten Runde. Es ist einfach so viel zu tun. Und du sagst zu bestimmten Teams, und du denkst, dass du hierher gehst, und dein Agenten denkt, dass du hierher gehst, aber es ist einfach nicht so gut. Aber es ist einfach ein guter Tag. eine du immer wieder vergessen. Und das ist ein langes Tag. Wenn du ein wenigstens auf deinem Leben bist, wenn du ein wenigstens auf den Moment bist. Was ist das für mich? Ich glaube, es war sehr schwer für jemanden zu kommen aus der Draft und machen die Team direkt weg. Usually, die Leute spielen ein paar Jahre in Miner, vielleicht ein paar Jahre in Juniors, und dann machen sie ihren Weg und pay ihre Dues ein bisschen. Aber jetzt sieht man die Leute, die viel stärker sind, vielleicht ein bisschen mehr skilled, entwickelt. So die Kinder sind wirklich gut diese Zeit, und ich denke, die NHL zeigt das, die Level of Play. Was ich denke, es braucht, in der NHL zu machen, ist vielleicht ein bisschen anders als 10 Jahre ago, wo es ein bisschen mehr Gritfaktor gab. Jetzt sieht man so viele Kinder, die schnell und schnell und stark sind. Aber für mich, was die Leute aparte, außerhalb des physischen Attribuels, ist wirklich mental. Das Spiel ist schneller geworden und technischer, und es spielt an JJ eigentlich sehr in die Karten. Es ist extrem schnell, wendig, gute Hände, und ja, das ist eigentlich genau das, was sich das Eishockey entwickelt im Moment. Man braucht nur die großen Tough Guys, die werden langsam ein bisschen aussortiert, und man orientiert sich eher an die schnellen, technischen Spieler, und genau das werden sie können, wenn es einen Schaden gibt. Ich meine, ich bin eher ein Aktions-on-the-Ice-Type-Guy. Ich meine, ich denke, als Vorwärter, er leans auf die andere älter Vorwärter ein bisschen mehr. Ich bin ein Defensmann, also ich denke, wir gehen gegen uns in der Praxis. Und, you know, sometimes I'm a little bit harder on him, just so he can, you know, I think it's good for him to learn that style of game, maybe how I defend, because that's a little bit what he's going to see in the NHL. So, I think it's more that, just playing against him in practice and, you know, being hard on him, I think, is how he's really going to grow and, you know, grow into the NHL especially. J.J. J.J. ist direkt neben mir gesessen, auch in der Kabine am Anfang noch. Und, ja, klar, da geht man natürlich seine Erfahrung ein bisschen weiter und hilft ihm einfach auch mit dem Druck ein bisschen umzugehen. Ja, und, ja, sucht einfach, einfach ihm ein bisschen zu helfen, ein paar Tipps zu geben, Fehler, die er vermeiden kann, die man selber gemacht hat. Und, ja, jetzt freu ich mich für ihn, dass er seinem Traum einen Schritt näher kommt. J.J. J.J.: He's very strong, very mature for his age, very fast, good skater, he's good with the puck, has a very good shot. He's a really good kid off the ice. So, I know scouts like to see that when they're doing interviews, what kind of guy you are off the ice, and I think he checks a lot of the boxes that NHL teams would be looking for. For me, he fits right into that mold of these new guys going into the NHL. He's exactly what any NHL team would be looking for. So I think we're all pretty excited for him. And just seeing him grow in the last year or two, it's pretty exciting. And I think this year is going to be more of the same for him, get to see how much better he can be now. He's developed like he's 25 with his skill set and his speed and just the way he moves and handles the puck and reads the game. So, you know, sometimes as an older player, you'll see a young guy and you'll be like, you know, try and make up your mind about him. But you forget that they're 18 years old and you try and remember back to when you were 18. And he's just, you know, for being that young, he's so good. And, you know, he's a really good player with a really bright future. JJ, genieße den Tag. Alles, was jetzt kommt, hast du dir hart erarbeitet. Und ja, hoffentlich ist die Mannschaft, die du dir wünschst. Und wenn nicht, ja, werden dir trotzdem noch alle Türen offen stehen, dass da bei einem neuen Verein dein neuer Lieblingsfeind werden kann. I always used to laugh when his parents were bringing him to the rink last year. I mean, all of us are older and, I mean, I can't even remember when I got my license. That was quite a while ago. So to see him come to the rink with his parents and not be able to drive was always pretty funny for us. So I would always make fun of him when he's going to get his license. So now he's got his car, so he can't trip him about that anymore. So now he's got his car, so he's got his car, so he's got his car. So now he's got his car, so he's got his car, so he's got his car.